servus und hallo liebe gurkenfreundinnen und gurkenfreunde im letzten vorletzten video beim terrassenrundgang habe ich sie angesprochen gehabt dass ich nicht ganz so überzeugt war dass es ein gurkenjahr wird aber aufgrund der kalten witterung also nachts kalt tagsüber extrem heiß scheint es so zu sein dass es die samen der gurkenpflanzen die ich ausgesät habe motiviert hat doch noch zu keimen ihr seht bei den zwei pflanzen wo ich davon ausgegangen bin dass es die einzigen sind die das gurkenjahr überleben oder überhaupt bestreiten können hier ist ein kleines gürtchen was keimt dann ist hier eine kleine gurke die gekeimt ist hier in dem fall ist es die zirkon f1 gurke dann haben wir hier die delikatessgurke und schaut euch mal hier die anzugtöpfchen an überall keimt ist das heißt die horn gurke ist am keimen dann haben wir wenn wir hier die libell gurke ist am keimen bei den anderen hier ist noch nicht wirklich etwas am passieren was ist hier welche gurke haben wir dann da das ist die eva gurke die gurke und dann haben wir hier noch mal eine zirkon dann haben wir das auch noch mal zirkon eine delikatessgurke das wahrscheinlich dann noch mal eine delikatess das ist eine genau dann haben wir noch mal eine nicht noch mal eine sondern die zitronengurke ist hier gekeimt die libellgurke hatte ich ja gerade genannt wen haben wir da noch die vorgebirgstraube noch mal eine vorgebirgstraube vorgebirgstraube ich gehe jetzt allerdings davon aus dass in diesen töpfchen auch noch was passiert außer dass der unkraut wächst und das denke ich mal dass wir das in den nächsten wochen sehen werden ich hätte es nicht damit gedacht dass die so verzögert am keimen sind denn ihr seht einfach mal im vergleich stellen wir hier noch zwei töpfchen ein sind die natürlich schon deutlich weiter aber das bedeutet auch wieder und zeigt euch man sollte es nicht zu früh aufgeben mit den aussaaten denn früher oder später kann es dann doch passieren dass es keimt und deswegen regelmäßig die töpfchen wässern dass ihr auch feucht bleiben und euch auf die natur verlassen ja das war das kleine update zum thema gurken und die werden natürlich als erstes blühen weil sind jetzt die stärksten pflänzchen und erwachsen hier an der terrasse rum und die anderen muss ich noch eintopfen und dann sehen wir uns im nächsten guten video oder wenn es wieder darum geht wie die erdbeeren und die chilis wachsen denn dann denn das geht auf jeden fall als thema in das nächste video bis dahin daumen hoch kanal abonnieren viel spaß mit euren gurken und tschüss